Was sind wir jetzt? Zurigo. Zurigo? Ich glaube, wir sind in Zurigo. Zurigo. Freunde der Sonne, wir sind jetzt seit langem. Ich vlogge wieder mal. Wir gehen jetzt kurz arbeiten. Ich und Oli. Wir dürfen unsere Chefhilfe assistieren. Das wäre der Heide-Spass, hoffentlich. Und ich nehme auch natürlich mit, weil euch seit eh und je nicht mehr geflockt sind. Ich denke, das ist wieder mal die beste Möglichkeit, etwas zu bringen, solange nichts mehr braucht. Und ja. Freunde! Mittlerweile sind wir im Schwarzkopf-Studio in Zürich, in Dietikon. Ich zeige es euch gerade mal. Es ist ein recht cooles Studio. Es sind alle voll am Arbeiten von morgen. Vorbereitungen geschnitten, getönt, alles drum und dran. Und ich nehme euch gerade mal mit. Es ist ein ziemlich cooles Studio. Also, ich nehme euch an. Ich nehme euch an, es ist ein ziemlich cooles Studio. Es ist ein sehr cooles Studio. Und ich nehme euch an. Und ich nehme euch an. So, Herr Rocco, ich muss auch mal lachen. Ich muss auch mal lachen, ich habe in die Tür gekauft. Wirklich? Was? Dass wir hohl sind? Sie sind hohl? Oh mein Gott. Mc 둥! You tell me to leave, you'll run out! You tell me to leave, you'll run out! Musik Das kurze Schlusswort Hey, ich bin mir gelernt, das war alles gut. Jetzt bin ich müde, ich gehe in die Tostschweizer. Musik Musik Das kurze Schlusswort Musik 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 Bis zum nächsten Mal.